Dicke wilder Dorsch. Haben Sie was dabei? Ich muss eben alle Bücher rauswerfen. Du hast bestimmt ja ein Buch, das so eine Hilfe auslöst. Irgendein Buch! Das ist nun mal doof. Man sucht hier jetzt noch einen beschissenen Hebel und filmt keinen. Ich muss hier noch etwas sehen. Da habe ich nichts übersehen. Hm. Aha. 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 Ist gut. Ist gut sein. Das ist gut. Fuck! Ja, ich hätte jetzt einen Schaden gehen können. Aber so schlau ist man in dem Moment nicht. Oh, ich habe hier einen Schaden. Oh, ich habe hier einen Schaden. Ich habe hier einen Schaden. Ich habe hier einen Schaden. Können wir hier zumachen? Nein, können wir nicht. Ich habe hier einen Schaden. Ich habe hier einen Schaden. Ich habe hier einen Schaden. Also, wer möchte hier? Ich brauche das nicht, überhaupt nicht. Dafür müsste er ja springen. Das ist gut, dass er nicht kommt. Da habe ich ein gutes Versteck. Ja, er ist noch da. Ich nehme keine Pakete an. Naja. Advent, Advent, ein Sichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Monsterlein vor der Tür. Und jetzt nochmal. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei. Dann vier, dann steht das Schwarzerlein vor der Tür. So, da habe ich ein bisschen Zünderboxen verbraucht. Denn die brauche ich ja nicht mal so häufig anscheinend. So, ich habe hier ein blaues Glas. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ganz schwach. Ja, es kommt hier drauf. So, da sage ich jetzt mal. Beim schönen Wasserplanchen. Das ist für das erste, dass man war. Ich würde dann wieder die nächsten Parts am Halle machen. Also sprich, weiter spielen. Es ist schon mal größer als die anderen Katzenmaps, die ich schon mal hatte. Auch das, was ich schon voraufgenommen hatte. Es ist schon mal länger, deshalb muss ich jetzt auch speichern. KPC, das PC ist ja auch nicht unbegrenzt. Und da sage ich nochmal, schönen Abend noch. Oder wann ihr auch mal guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss